Es kann nichts Besseres geben Und die Außenhörige, irre wie die ist hier Psy Ahhhh Ahhhhhhhh Ahhhh Ahhhh Warum ist das so schnell? Es ist eine Spinne Ah, hier ist dieses Obsidian gewesen. Komm mal vorne ins Dorf. Komm mal vorne ins Dorf schnell. Ja, wir geben unser Bestes, Digga. Du bist echt weit weggelaufen. Alter, ich bin in der Nähe vom Dorf geblieben. Oh nein, Creeperspinne, Digga. Anders gruselig. Kann man hier was dran placen? Geht das? Ah, hier ist eine Hexenspinne auch. Im Wasser. Also im, ja. Obsidian kann man placen, Leute. Normal wie sonst auch? Ja, ja. Okay, Baba. Wo bist du beim Dorf? Ah, da, ja. Oh, Manni. Oh, Sturm. Sturm kommt. Nee, oder? Digga, der kann alles wegreißen, ne? Ja, aber doch, keine Obsidian, oder? Weiß ich nicht. Ist das hier Obsidian, ja, ne? Revi, kannst du mal hier Obsidian platzieren? Hab ich schon. Du musst doch nur Wasser. Creeper! Bin gleich dead, ich bin gleich dead, ich bin gleich dead. Geht's gut, ich helf dir? Hau schnell auf den Boden zweimal. Gibt's nicht auch Schilde hier? Digga, hier sind 4000 Creeper. What the fuck? Jungs, geht jetzt aus oder so. Was zum flying fuck seid ihr? Jungs, die haben so ein Gommelgesicht. Schaut mal. Hey, oh my crap, Freunde. Holololol. Lass den Lacken zu dir. Ah, doch, jetzt. Ey, wenn du an die ran gehst, dann springt die sich einfach nur hoch. Da passiert nichts manchmal. Die springt sich nur ab und zu hoch. Ey, Jungs, hier kommt ein Tornado, hier kommt ein Tornado, hier kommt ein Tornado. Wie wir von hier oben gucken, Alter. Alter, das ist so skaffig. Oh, Digga. Ich werde hops gehen, ich werde hops gehen, Freunde. Nein, 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 ich bin es down. Ich hab sie down. Ich war auch dabei. Okay, mein Gott, es war eine knappe Gärme von, ne? Ich war auch dabei, sagt ihr. Oh, oh, Jungs, irgendwas springt sich. Digga, was geht, Alter. Ich geh ins Haus. Was ist die denn platziert, Bro? Dieser Erdkopf, der ein, der Erdkopf. Okay, wo, haben wir noch mehr Lava? Okay, musst du nicht einfach Wasser über Lava schütten? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so leicht. Ich glaube, wir sollten wirklich einfach ein Lava-Sie suchen, da Wasser drüber kippen. Ja, genau, das meine ich. Und damit der Diamond Pickaxe es abbauen. Also wir sollten ein Lava-Sie suchen, beziehungsweise eine Höhle. Was ist das? Hilfe, hilf mir. Hilfe. Was ist das denn? Was denn? Silberfische, Silberfische. Ich hab ein Problem. Ich bin down, ich werde down gehen, ich werde down gehen hier. Was ist das, das sind Hexen oder so? Das ist eine Hexe, Jungs. Rottmach, auf der Spinne, Bruder. Weht her. Geh rein. Digga, was geht ab, Alter? Ist unmöglich. Du kannst es hier einmal runter, dann ist da dein Stuff. Bah, Alter, iiih. Jaha, witzig. Was denn? Ach, herrlich. Wir müssen die hier totkriegen, Bruder. Die sind übertrieben eklig, Alter. Ich sterbe. Hier ist auch noch so ein Willard-Skelett oder so. Wer bist du? Wah, Digga. Oh, iiih, das ist übertrieben, ich störe. Aua, mach Tür zu, dann kommen die doch hier rein. Kennt ihr so dieses Gefühl, wenn ihr so ein... Das ist Hausfriedenzummen hört. Sehr wendlich. Hab's geschafft, Jungs. Easy. Digga, das war Hausfriedenzbuch von denen, ne? Dieser arme Villager hier, der denkt so, what the fuck? Wahrscheinlich denkt er sich das, oder? Wahrscheinlich denkt er Villager überhaupt irgendwas. Aaaaaah. Hilfe, bitte. Jesus. Ich bin in der Kirche. Digga, da ist ein Skelett. Digga, das ist ein Wilder. Ich kann einfach nichts anderes machen, außer herr sagen. Hast du die Sonne? Ich kann ein Skelett nach oben schießen. Das ist ja dumm. Er hat sich selbst abgeschossen. Ähm, Jungs, wollen wir erhöhen? Tobi, wir müssen gucken, dass wir irgendwie einen Platz hinbekommen für... Du hast doch hier schon. Nein, 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 einen Platz fürs Obsidian. Hörst du hier schon? Nein, ist ja nicht. Dass das da gerade ist. Das reicht ja nicht. Digga, das können wir doch hier easy machen. Ich hab Enderman, Jungs. Könnt ihr vielleicht herkommen? Oder soll ich den alleine fighten? Äh... Mach Boottrick, Boottrick. Tobi, hilfst du mir? Er kann im Wasser nicht explodieren. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist das bei den Creepern. Ich hab wirklich, diese Spinnen sind so nervig. Okay. Okay, Tobi, hier können wir es hier hinbauen. Okay, gut. Hier ist ne Facke. Okay, lass uns checken, lass uns checken. Lass uns checken. Lava übers Wasser schütten. Ich hab eventuell gleich noch ne Enderpearl, Freundin. Ne, Lava über Wasser ist Koppel. Du musst nur noch essen. Oh, das ist Enderman. Okay, weiter, weiter, stopp, stopp, stopp. Ah, hat nichts gedroppt. Tobi, Boot, wir müssen Boot farmen. Komm, gönn. Gönn, gönn. Ja, Mann, wir haben noch ne Enderpearl. Was habt ihr? Nein, schön, schön. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Drei. Da vorne sind noch mehr, da vorne sind noch mehr, da vorne sind noch mehr, Tobi, rechts. Nimm das Bootband. Ja, ich hab sie, ich hab sie, komm mit. Okay, wo sind die? Nice, schön, Alter. Das sind Skelette. Ja, dann macht ihr die Enderman. Digga, was steht da? Was ist das? Ah, ich hab noch einen, okay. Ey, er spawnen aber grad echt viele hier. Digga, Rie, guck mal, was steht da hinten? Komm mit. Komm, ich zeig dir, dass sie jetzt einmal weglaufen. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal die hier an. Was ist das? Was sind das denn? Hier vorne ist ein Enderman, Tobi, hier vorne ist ein Enderman. Komm mal, her zu mir. Hier, hier bei mir. Ach, die 800 Creeper hier, die ignorieren wir einfach. Was denn? Hilfe, Hilfe. Jungs, was geht bei euch, aber, Alter. Ich sterb nicht. Oh, Iy, Digga, Silberpitz ist so ruppig, Real Talk, Alter. Ruppig. Oh Gott, hast du eine Höhle? Ja, Tobi, ich lief sie rein, wo du zuguckst. Ich dachte, es ist eine Spinne, aber es war ein Creeper. Okay, lassen Sie mal hier vorne den Enderman jetzt klatschen. Dieser Enderman ist wirklich weg, oder? Ah, Peeper Hands, Alter. Aber einer schreibt, hey, wir zahlen Mehrwertsteuer. Mit einem Spinnkopf und einem Spinnkörper. Ich bin vergiftet. Au, scheiße, dieses Düben schnell. Ja, ja, diese Spinnsel, äh, diese Hexen sind übel OP vorne. Ich bin down. Halbes. What the fuck? Oh, Tobi, du musst mir helfen, der Creeper hier vorne. Der sprengst uns meine Sachen weg, die da liegen. Weil er läuft doch weg von deinen Sachen. Nee, nee, da liegt alles drin. Was für eine dumme Sau. Hast du Dias für Obsidian Farm? Ey, ey. Null, alles von mir ist weg. Meine komplette Eisenrüstung ist gone. Äh, Buddel. Äh, Grab. Hä? Ich glaube, ich mag die Stur. Nein, du bist ja 10.000 Kilometer weit weg vom Dorf, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Nein, wir sind doch gleich hier. 500 Blöcke oder so, Bro. Revi, der Tornado. Wo muss ich denn hin? Zu mir, zu uns. Warte, jemand meint Dias. TP dich, wir sind hier am selben. Oh Gott, Dias. Sind das Dias? Tornado bei mir, Tornado bei mir. Jetzt zieh mich nach oben. Ich glaube, das ist Redstone. Das sind keine Dias, glaube ich, Chat. Ich TP mich nicht zu dir. Ich gehe da durch rein, bin ich dumm? Digga, der zieht an mir vorbei. Ich bin nah dran. Die sind hier im Geschehen. Alter, Tornadojäger, Tornadojäger, sein Vater. Oh mein Gott, der macht ja hier alles kaputt. Ich glaube, ich bin beim selben. Ey, der rippt die kompletten Blöcke hier weg, Alter. Ja, Digga, der wirft die auch auf dich drauf. Wo bist du denn? Sind wir beim selben? Ja, ja, ich habe die gerade gesehen. Ah, da hinten. Boah, jetzt mal rein. Bist du dumm, ich will nicht sterben. Ich gehe rein. Das geht ab für den Smith. Ne, machen wir nicht. Wir gehen der Schneise nach, weil da ist auch die Koordinate. Lull, der zerfetzt ja hier einfach. Ja, Digga, der hebt irgendwie aus. Der kommt zurück, der kommt zurück. Wo ist Lavasee? Ich habe aber kein Wasser, aber ihr habt Wasser? Okay, ich mache euch mal ein bisschen frei hier. Okay, nice. Okay, das Dirt musst du abbauen, ja? Aber es ist nice, dass Obsidian ganze Blöcke sind. Okay, ich habe 16 Obsidian, sollte reichen eigentlich, oder? Ja, auf jeden, auf jeden, auf jeden, auf jeden. Weil ich wollte noch für Echantment Table halt, weißt du? Wollen wir einfach nach oben? Oder wollen wir uns hier so eine Fläche bauen für das Obsidian-Ding? Mh, könnten wir auch, haben wir alles. Holy shit, Alter. Wir müssen halt nach oben wegen Gravel halt noch, ne? Weil wir Gravel brauchen. Ich habe Flint, alles gut. Ich habe mitgedacht. Okay. Haben wir Eisen noch? Ne, ich habe noch. Habt ihr noch so Eisen, einfach eins? Wollen wir hier, wollen wir hier rein? Also ich meine, wir könnten auch hier reingehen. Lass uns an die Oberfläche erstmal gehen. Digga, wenn das Enderperle droppt. Oh mein Gott. LOL. Geil. Let's go, nice. Okay, vier Enderperlen schon, vier Enderperlen schon. Auf geht's. Ja, Bruder, let's go. Okay, dann lass mal da hoch gehen. Lass hier hoch, lass hier hoch gehen. Das Geile ist halt hier, es gibt halt übertrieben Whack-A-Mops, die richtig stark sind. Aber es gibt übertrieben viele, die auch Enderperlen droppen. Also du weißt, wie der irgendwie diesen Ender-Gole, normaler Enderman, dann diese komischen Skelette. Ey, hat jemand noch, warte mal, kommt mal her, kommt mal her zu mir. Hinter euch ganz schnell gerade Spinnen hinterher gelaufen. Da kommt noch ein Schweine-Creeper, noch ein Creeper, Spinnen. Ganz viele blaue Creeper wieder nach vorne. Digga, die kommen alle auf einmal. Oh ja, komm mal her, lass mal hier ganz kurz gucken. Hier sind diese Ender-Skelette. Digga, der hat mir fast One-Hit gegeben. Oh ja, Ender-Skelett, Ender-Skelett töten zwei sogar. Ich bin fast dead. LOL. Oh mein Gott. Die sind so stark. Was? Die sind so stark, Digga. Ich hab nur noch drei Herz. Was? Digga, ihr könnt zu mir, aber ich hab... Die, die, die Shots machen One-Shot. Der Schlag ist in Ordnung. Ey, BTF, soll ich mich zu euch teleportieren? Komm her, komm her. Ja, Lull, wir könnten auf den Baum gehen. Lattendaddy, hast du deine Sachen gefunden? Oh nein, ich hab ein halbes Herz. Digga, was geht ab, Alter? Oh mein Gott, ich bin hier in so einem Loch gefangen. Ich könnte ja vorne schnell die Betten aufstellen, Jungs. Nein! Lattendaddy, hast du alles, was da vorne liegt? Weil da ist auch alles. Da ist auch das Obsidian. Das Obsidian und unsere Enderperlen liegen da hinten alle. Aua, nein. Ich hab Enderperlen gefunden und die sind richtig viele von diesen Ender-Viechern. Hey, Digga, unser Obsidian ist da hinten auch, wo du gestorben bist, Papa Flatte. Ich glaub, ich hab das... Wie sieht das aus? Erde? Erde, und unsere Enderperlen sind da auch, ne? Hast du drei Enderperlen? Oh, ich hab drei Stück, ja, 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 ja. Hast du auch noch Rüstung von mir? Ich hab noch Rüstung extra, ja, oh mein Gott. Okay, kommt mal hier hoch, kommt mal zu mir hier hin. Ich hab hier nämlich zwei Betten. Lass kurz chillen. Was, wenn einer kurz disconnectet? Tobi, komm hier hin. Oh, Digga, hier ist Creeper-Armee. Digga, guck mal, wie viele Creeper zu dir kommen. Tobi, komm mal zu mir. Okay, Latte, äh, Papa, Papa. Wir schlafen wir. Kevin, schlafen wir noch. Oder sag einfach Kevin. Mach mich nicht, nein. Okay, schnell das Bett. Können wir nicht. Hier sind Monsters. Ähm, so, ich mach mal ein Feuerzeug. Wieso hast du 28 Bücher, Tobi? Ich hab das Village abgescampt. Ich hab da die Bücher abgebaut. Los geht's. Warte, wir nehmen alles noch mit, lieber. Ach, du Scheiß. Nee, lass nicht alles mitnehmen. Lass alles hier. Na. Warte mal, ich will meine Sachen verzaubern. Mom, 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 mom. Lass mal. Oh Gott, kann jemand irgendwie was entscharten für mich? Kann jemand, äh, schau mal, ob du hier drauf, äh, irgendwie Protection bekommst oder so. Ebi, was machst du, Junge? Ich baue hier ein Haus. Hast du noch irgendwas in die Hose gemacht? Hast du noch irgendwas in die Hose gemacht? Frag mir. Digga, nein. Lass reingehen, lass reingehen. Komm, wir gehen rein. Ich hab noch 5 Dias, ich komm mit dir rein. Ich hab nichts komisch. What? What the fuck? Och, Junge, Mann, wie behindert. Er sieht so gut aus. Ja, aber das wird halt richtig schwer. Also jetzt mal Realtalk. Und wir müssen halt eine Festung finden. Und das hier ist übrigens, äh, Lava. Das Ding ist, wir haben ja auch, okay, lass erst mal das Portal screenshoten, damit wir wissen, wo es ist. Ich hab ein Bild von dir gemacht. Hier mit Koordinaten oder ohne. Ohne. Lass mal hier lang, lass mal hier lang. Ich hab eine Bierfekte. 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 Ey, das Ding ist, Leute, wir haben halt, ähm, kleine, haben wir Buildingblöcke, also Cobblestone, weil das sind die einzigen Baubblöcke, die wir haben. Äh, ne. Oh, sorry, ich hab die Blöcke hier reingemacht. Ich hab auch einen, ich hab auch einen. Ich muss eventuell kurz weg vorne, sonst ich hopse, glaube ich. Ey, Jungs, ich weiß nicht, ob das so smart ist, hier zuzubauen, aber. Doch, 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 doch. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Mann, Alter, was ist das für eine Scheiße, dieses Modpack? Das ist so kacke, Bro. Wollen wir es einfach lassen? Was seid ihr? Hey, Digga, das funktioniert nicht. Mann! Lass einfach drauf scheißen, Jungs. Wenn Tobi jetzt auch stirbt, dann ist es vorbei. Hab's. Nein! Ich hab's gefragt. Richtig Champion, im Grunde haben wir's. Ja. Ähm, gehen da rein. Ja. Und fight den Enderdrachen. Aber mit Full-Endrüstung, oder? Mit Full-Endrüstung, ja. Okay, pass auf. Das haben wir alle gesehen. Wir machen es so, wir bauen jetzt hier einen Raum aus Obsidian. Nein, 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 kein Raum. Warte, einfach so. Nein, hier ist doch dieses Ding. Das steht doch die ganze Zeit auf dich, du Bot. Digga, ich bin so hyped, weil wir haben es so weit geschafft schon. Wow, Chan, holy shit, wir haben es bis hierhin geschafft. Digga, komm, letzte und rein, Alter. Wow, oh mein Gott! Uff, Digga. Wild. Oh mein Gott. Digga, wir haben übel gegrindet dafür. Was hab ich da an? Warum ist es jetzt auf einmal rot? Ich hab mir einen Bogen mit Power verkrabbert. Willi, Will, Boy. Alter, ich kann das so nicht spielen, das geht nicht. Doch, du musst. Äh, ja, hier. Was? Geht hier ab? Tobi, hast du Will? Ah, ja, danke. So lange, Jungs. Digga, man kann mit diesem Will doch nicht spielen. Warte mal, lass was zurückgehen. Ich spiel ohne Will, ich spiel ohne Will. Ich spiel ohne Will, das geht nicht. Äh, ich spiel auch ohne Will, glaub ich. Leute, der Ender... What? Nur auf die Drachen geht. Zerstören erst diese Dinger hier, diese Dinger hier zerstören. Boah, ich hab nichts zu essen. Hilfe, ich fliege hoch, ich fliege hoch, ich fliege hoch, ich fliege hoch. Egal. Die Dinger. Ah. Ich bin's. Okay, raus da, los. Oh, es geht nie ab. Oh fuck. Wir müssen erst diese Dinger hier kaputt machen. Diese komische Fliege. Äh, Bruder. Mit diesem Will... Okay, wer auch immer mich fliegen lässt. Danke, Bro. Fall ich da runter irgendwann? Ja, das sind diese Schalker-Dinger. Ja, ja, aber da geht's falsch. Okay, wo ist der Enderdrache? To be honest, das ist unmöglich. Hier liegt so viel D-Equipment rum. Nee, du bist halt gar nicht so überlebt. Hilfe! Alter, ist das ein... Nein! Das ist gut. Ja, hol mal diese Türme, hol mal die Türme. Ich hab schon... Gehauen. Hat Riemi schon irgendwas gemacht? Weiß ich gar nicht. Ahhhhhhhhhh! Ich komm nicht zu euch, Jungs, ne? Warum? Ja, weil ihr in einer anderen Dimension seid. Ich mach noch mehr kaputt. Du fliegst gerade und machst die kaputt, aber... Ja, ich hab Levitation. Ich hab Levitation. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist durch. Okay, jetzt Enderman, Enderman. Der Enderman ist einfach ne große Kiste, Bro. Bruder, ich hab auf einmal auch Levitation bekommen. Alter, Jungs! Ja, Mann, kriegen wir, kriegen wir. Gut! Digga, das ist so easy eigentlich. Das ist so ein Jumbo-Stupid. Alter, auf was hab ich mich hier eingelassen, ey? Komm, Ben! Ben! Ups! Wo ist Raum? Oh mein Gott, Jungs, geholt! Digga! Ich bin fast dead. Alter! Ist der die ganze Zeit einfach OP-Gold anbill? Tobi übertreibt auch komplett, Alter. Er gibt sich nicht mehr, wenn er Mühe ist zu verstecken, weißt du? Oh mein Gott, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich! Wow, holy shit! Beste Weg! Drop, drop! Wow! Oh mein Gott! Wo ist der Brunnen? We did it! Hä? Ich hab ein Herz, oh mein Gott, jetzt schnell wieder mal. Oh mein Gott! Guck mal! Epic Game! Epic Game! Java Edition! Alter! Richtig strong! Das war der dümmste Spiel, den ich je gemacht hab. Mega! War das stark!